Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Wir haben im Livestream gestern extrem viel Forge gemacht. Unbedingt auch noch anschauen, das ist richtig toll gewesen. Wir haben einen Goldwurm gefunden, das ist extremst wichtig für MF, weil Quantity viel besser ist als Rarity. Und das Amulett habe ich früher gefunden und das Loch Tanjal Caress. Und jetzt möchte ich gerne... Ich weiß nicht wo ich ihn hingetan habe. Ich habe doch eine Waffe gehabt, die Zaubergeschwindigkeit hat. Da! Ist er das? Okay, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Multi-Strike machen wir mal. Bei den Zombies hin. Flash Offering. Gut. Ja, was haben wir sonst noch? Ähm... Ja... Wir haben doch auch mal einen Sceptor gehabt mit der Textgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob der best ist. Der ist wahrscheinlich hinten, hm? Bei 10. Da ist das Belgische nicht kein... Ähm... Cast Speed. Hm... Ich weiß es nicht mehr. Ja... Dann lassen wir das und tun mal... Ah, vielleicht so in Europa oder so. Chaos Damage ist schon cool, aber nicht für mich. Und Blood Magic sowieso nicht. Ja... Friends hier, hm? Ah ja, die Boots... Ja, genau. Die sind einfach nur 10 schnell. Die sind ein bisschen langsamer geworden. Dafür viel stärker. Das bringt mehr natürlich langsam zu sein. Stärker zu sein. Gut. Also, wohin müssen... Oh. Das sind coole Flügel. Da muss ich gleich mal kurz schauen. Tut mir ne? Wie heißen diese Flügel? Most popular, sicher. Naja, da kann man wie diesen... Ding aussehen. Demon Wing, nein. Was ist das nicht? Hm. Weapon Armor. Bloom Wing, das sind die neuesten. Obsidion Seraph. Hm. Das sind die Flügel. Bear Armor Pack, ja. Das ist so etwas, was man auch normal nehmen kann. Einfach nicht so cool. Aber sogar cool ist es ja nicht. Ich weiß nicht, es sind alle übertrieben. Ich finde... So Gore vor allem... Ja, es ist zu übertrieben. Die Leute verschwenden nur ihr Geld. Die Leute werden ja nicht besser entwickeln. Die werden nur mehr Geld haben. Das ist es. Und Shit wäre richtig cool. Aber wie heißt jetzt diese? Wer dann das, dieses... Ein holziger Zeug. Medusa Snakes. Ja, ja, klar. Kann man das gar nicht kaufen oder was? Irgendwie komisch. Scheinbar ein... Geschenk von den... Ähm... Runster. Von den... Ja, Schnelligkeitsdingen. Oh, wir sind im Norden. Was hier haben wir im Norden vorerst das Ding genommen? Das ist eine Frechheit. Eine absolute Frechheit. Ich war sogar dort und bin zurückgegangen. Wieso habe ich jetzt das nicht mehr? Jetzt müssen wir wieder dort drin laufen, nur weil es ein Bug ist. Okay. Das könnt ihr im Livestream sehen. Ich bin durchgelaufen. Das geht mal gar nicht, hey. Ah, muss das sein, hey. Das ist eine Frechheit. Jetzt muss ich wieder durch diesen Scheiß-Tempel. Naja. Es gibt H-Bucks in diesem Spiel. Die sie nie, ähm... fixen können. Muss ich es einfach nicht machen. Tja. Manchmal denke ich schon wirklich, ob die Entwickler das extra machen, dass sie so viel Sachen, Neues rein tun und nichts fixen. Wissen Bug, dass ich manchmal nicht vorwärts komme, weil der Charakter hin und her bugt. Der ist immer noch da. Sehr häufig sogar. Muss einfach mal ein bisschen drauf achten. Den können sie einfach nicht fixen. Der ist im Vorraum auch schon bekannt. Tja. Kann man nichts machen, ja. Die Leute wollen einfach nicht mehr Bug und die Entwickler. Einfach gar nichts mehr wegbucken. Ähm, ja. Die Bugs wegentwickeln. Das tut sich so fehlerhaft, wenn ich das so sage. Aber wir sind ja schnell bis zum Extremstil. Wir müssen noch den richtigen Weg finden. Oh, den muss ich haben. Oh, den muss ich haben. Dankeschön. Wir müssen noch mal einen... diesen bösen, großen... Golems. Wir müssen noch mal einen... Wir müssen noch mal einen... ... ... ... Ja, 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 ja. Gib mir endlich mal etwas Gutes. Raus aus dieser Hölle Die Hölle, mal Fälle Ja hallo, Spinneys Wo geht der Spinney? Boah, so viele zum Level Gut, schön Gems Level Ah, ich mag Reliefsing mit der besten Schwierigkeiten Das andere ist ja ein bisschen übertrieben der Messings Okay, dann können wir schon weiter rennen hier unten Dann können wir hier hin Da haben wir schon ein bisschen Resistenzen nachher wir haben das nächste Level wo die äh Zongies sind nach rechts steigt Ist halt auch gut, Multistrike Ich mag Multistrike Ich mag Multistrike Junk Gizzle Da ist noch einer Oh, Silver Coins Bevor wir hier rausgehen mach ich mal die Silver Coins noch Ich muss die einfach aus Dankeschön, dass sie so schnell sterben durchlaufen durchlaufen einfach nur durchlaufen Japp So, jetzt Jetzt gibt es nicht mehr lange Jetzt sind wir wieder durch Ja, da sind wir schon durch Prima Also, mal kurz nicht ins neue Gebiet gehen sonst haben wir da keine Properties Ja, Drops ... 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 Also ich möchte ihn identifizieren rausgehen Cast Speed drauf, das wäre schon irgendwie gut, Cast Speed ist aber weniger, nein lassen wir das, das ist schon besser, ja das nehmen wir, wir müssen das halt jetzt hier rein tun wir hier, nein ist nicht voll, so danke, es ist nicht voll, ist doch schön also ich muss hier, was ist das, Wahlorb, okay, ähm, hier, und hier das Zeugs reinlegen ja, ähm, was ein Frosch, Königstrosch gut, dann machen wir mal weiter jetzt nehmen wir das Waypoint gleich mal mit gehen wir in Akt 3 und da machen wir etwas und dann nehmen wir das, genau das ist ein paar Sachen da sehen wir die die hier prima Ähm, jetzt müssen wir kurz zum Vapen gehen. Zwar Wow. Wow. Schade. Das ist ein Heft. Wie schlecht, ne? Ja, wo ist jetzt der Vapen, bitte? Gebt mir den Vapen, bitte? Gebt mir den Vapen. Ich brauche den Vapen. Ich brauche den Vapen. Boah. Was ist denn das gewesen? Den brauchen wir nicht. Und den Arm. Okay. Gehen wir weiter. Da ist noch der Vapen. Ah, wo ist jetzt der Vapen? Ich habe den verpasst, ne? Ich denke, wir haben ihn verpasst. Da sieht man das echt. Ja, nur weisses Zeugs. Frechheit. Ich muss unbedingt zum Vapen. Was ist denn das Vapen? Da rum. Nein, es war... Es ist gar nicht hier. Hä? Es ist gar nicht hier. Es muss noch weiter weg sein. Komische Aufteiler. Das hatte ich noch nie so weit weg. Hm. Ich weiss es nicht. So. Mal siegen. Jetzt mal ein bisschen vorwärts machen. Da ist es. Jetzt habe ich es aufgemacht. Wie das letzte Mal. Ich bin das sogar durchgegangen. Das hat es nicht gespeichert. Wieso denn? Ich speichere das nicht. Essence of Greed and Woe. Hm. Chest Splitter. Danke, aber noch nicht weiter. Okay. Ich bin jetzt nicht mehr, was ich war. Drägen. Let's go, Beth. Session. E-Vo-Ripo Sehr lukrativ hier, hm? Nicht schlecht Ich glaube, das ist Oh ja Hm Jetzt müssen wir noch gegen Geister kämpfen Diese Brücke können sie rausschneiden Es ist so langweilig immer diese Brücke zu haben Aber es ist ständig Die haben nicht andere Landschafts- Chunks Ja, die haben Ähm, Ding So ganz lange Teile, die in den Maps versteckt sind Absolut für nichts Ja, da müssen sie alles noch ein bisschen überarbeiten Das ist langweilig Gibt mir jetzt mal den Boss hier, den Erbeben Da ist ein Kuruat Das ist ein Kuruat Ein Sepertin-Stau Okay Okay Ja, nix neues große Monster Ählte Äh 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 Ja, genau. Blockiert den mal, damit es weiterkommt. Wir haben echt viele Leben. Vielleicht sollte ich das Dach wieder mal rausnehmen. Oder vergraßen. Ja, das heißt Artred. Ice Trap. Hm. Wir haben keine Zombies mehr. Sind alle tot. Ich hoffe wir schaffen das noch durch die Pyramide. Die Zeit ist... Ja, schon ein bisschen begrenzt wegen der, wer bei Youtube so viele Probleme macht mit zu langen Parts. Nein, geht nur zu ihm. Ah, es ist gespät. Too much clutter. Ja. Ja. Wo ist denn da ausge? Okay. Hier mal nicht. Da drüben, hä? Ja, toll. Das würde das sein. Da geht's nicht durch. Was ist denn das für ein Scheissgebiet? Was ist 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 das für ein Scheissgebiet? Da hab ich's ja. Und ich wollte dich. Ja. Dankeschön für das gute Zeug. Also ich muss mal den Stab weg machen, ja ja. Dich auch, oder? Ist eigentlich relativ gut, also lass ich dich. Tja. Auf Schrott kommt Schrott. Fäule und Esszug. Nehmen wir mit. Da drüben ist der Eingang. Aber das ist falsch. Hier unten durch. Hallo. Sehr schön. Jaja. Wir müssen die Zombies noch ein bisschen. Heilen. Das ist mal gleich. So, jetzt bin ich draußen. Auf den Silberfläten. Oder... Das ist einfach nichts. Da ist er. Schööön. Hm. Ta. Ich hätte die Zeugen besiegt bei der Karte schon, ne? nicht zu viel fluchen das ist nicht so gut ok schön ja ja aber irgendwie ist den richtigen Knopf drücken so machen wir gleich noch den Boss wenn wir soweit sind den letzten Abschnitt vor Akt 3 macht er auch selber auf jeden Fall sind wir schon richtig wieder vorwärts gekommen ich hab eben ein paar Tage wenn ich so viel Bock gehabt viel anders vor es ist meistens halt so dass ich viel anders vor habe und deshalb nicht gerade weiter machen kann einfach sagen schreiben wenn ihr noch dann merke ich mir einen Termin das ich da aufnehmen kann und dann sagen okay gut der Power Pyramid Apex ja wir können sogar noch ein bisschen weiter das ist ja jetzt nur 23 Minuten ähm gehen wir auf Akt 3 noch ja 24 Tötet dieses Mischtyp Tötet die Truppen ich soll wieder hochkommen Tötet die ich glaube das können wir nicht ich nehme ich den S-Doc mit ja leider haben wir noch schlechte Sachen die zu uns nicht passen bekommen aber jetzt einfach mal kaufen 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 ja ist schon gut aber ja nehmen wir kaufen verkaufen nehmen wir rein jetzt muss ich schauen wo können wir denn hier rein so hier die Essenzen hier die Karten ein Elixier cool nicht schlecht die müssen wir dann auch mal austauschen aber erst wenn wir in Akt 3 sind ja gut können wir gleich mal wieder weiter hast du noch irgendwas Gutes nicht Hyreels hast du ja egal was habe ich bekommen Timmons Frieden TSP also er wird wieder rauskommen hm gut wenn der Geist in einen Gegner reingeht geht er wieder raus am Schluss am Schluss wenn man ihn besiegt hat so vielleicht das Quarzflask Dodge ja nehmen wir einfach mit gut gut so haben wir 27 ja ich denke ich mache jetzt ein Part fertig das müsst ihr euch sehen und im nächsten Part eventuell bin ich dann schon ein bisschen weiter wieder weil ich will ja auch Livestream ich will auch mal ein bisschen alleine weitermachen dass wir einfach schnell wieder bei den Maps sind ich bin euch das wieder ein bisschen schuldig dass ich Maps zeigen kann euch und deshalb ja tschüss